Habe ich jetzt wieder Solo angeklickt? Ich bin so verwirrt bei den Game, ne, ich denke immer ich klicke was anderes dann als ich dann schlussendlich angeklickt habe. Dann gehen wir nochmal Power Grid Runde, wenn wir eh alleine sind, dann wird das eh wahrscheinlich eine schneller Runde. Nein, komm. Nicht auf dem Dach, nicht auf dem Dach, nicht auf dem Dach, nicht auf dem Dach. Ich hab auch noch Third Person, es ist ja alles anders, ich dachte ich hätte Squad First Person gemacht und jetzt bin ich Third Person in Solo. Da ist er. Der zieht mich. Das kann man sein. Ich dürfte sein. Hello, mein Freund. Easy kill. Wie geil war das denn?